Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige euch heute, wie ihr schnell und unkompliziert ein Nutzerkonto bei BetViktor anlegt, wie einfach man Geld aufs Konto einzahlt und eine erste Wette platziert. Über unser Vergleichsportal www.sportwettenvergleich.net gelangt ihr ganz einfach und ohne Umwege auf den Internetauftritt des jeweiligen Wettanbieters, in unserem Fall heute also auf die Startseite von BetViktor. Die Anlage eines eigenen Nutzerkontos verläuft sehr schnell und simpel. Klickt dazu einfach auf den Button Konto eröffnen, der euch auf der Startseite oben rechts angezeigt wird. In dem sich nun öffnenden Formular gebt ihr unter anderem eure persönlichen Daten, wie zum Beispiel euer Geburtsdatum oder eure Adresse an, wählt einen Benutzernamen und ein Passwort aus und schließt den Registrierungsvorgang durch Akzeptieren der AGB ab. Ja, so weit so gut, unser Kundenkonto ist nun noch schon erstellt. Aber um jetzt auch eine Wette abgeben zu können, benötigen wir natürlich noch ein Guthaben auf unserem Konto. Deshalb gehen wir durch Klicken des folgenden Buttons direkt zum nächsten Schritt über und kümmern uns um das Aufladen unseres Kontos. Für die Einzahlung steht euch eine große Palette unterschiedlichster Zahlungsdienstleister zur Verfügung. Nutzt ihr beispielsweise Kreditkartenzahlung per Mastercard oder Visacard, PayPal oder die Option Sofortüberweisung steht euch euer Guthaben innerhalb von Sekunden zur Verfügung und ihr könnt direkt mit dem Wetten beginnen. Im Gegensatz dazu müsst ihr bei einer gewöhnlichen Banküberweisung davon ausgehen, dass der von euch eingezahlte Betrag erst nach ein bis zwei Tagen auf eurem Konto gutgeschrieben wird. Ich entscheide mich nun für die Variante per PayPal und zahle 10 Euro auf das gerade eben eröffnete Konto ein. Wir bekommen nun einen Hinweis, dass unsere Transaktion erfolgreich war. Dies können wir aber auch an der Anzeige in der rechten oberen Bildschirmrandecke erkennen, die uns jederzeit unser aktuelles Wettguthaben anzeigt. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf die Suche nach einer interessanten Wette, damit ich euch demonstrieren kann, wie das Platzieren einer Wette abläuft. Zurück auf der Startseite habt ihr nun unterschiedliche Möglichkeiten, euch auf die Suche nach einer Wette zu machen. Ich persönlich möchte euch die Kategorieleiste auf der linken Seite vorstellen. Hier sind unterschiedliche Sportarten, wie zum Beispiel American Football, Baseball, Basketball, Formel 1, Fußball und viele, viele mehr aufgelistet und ihr habt die Möglichkeit euch Wetten sortiert nach diesen einzelnen Sportarten anzeigen zu lassen. Da ich persönlich mich im Fußball ganz gut auskenne, wähle ich zunächst diese Kategorie aus und lasse mir die Spiele der ersten Fußball-Bundesliga vom kommenden Wochenende anzeigen. Wir werden nun alle Spiele der ersten Fußball-Bundesliga des kommenden Wochenendes aufgelistet und ich habe die Möglichkeit mir in aller Ruhe eine interessante Paarung herauszusuchen. Zum Beispiel hier FC Augsburg gegen HSV Hamburg. Hier habe ich die Möglichkeit auf einen Heimsieg, auf einen Unentschieden oder aber auf einen Auswärtssieg zu wetten. Daneben stehen jedoch noch zahlreiche Zusatzwetten zur Verfügung, die man sich über einen Klick auf die kleine Zahl am Ende jeder Paarung anzeigen lassen kann. Ich persönlich entscheide mich jetzt jedoch für einen Heimsieg des FC Augsburg. Auf der rechten Seite wird mir nun direkt mein aktualisierter Wettschein angezeigt und wir sehen meine gerade ausgewählte Paarung. Außerdem habe ich hier die Möglichkeit den Einsatz festzulegen, zum Beispiel 2 Euro und die Wette abzugeben. Es dauert nicht mal eine Sekunde und mir wird bestätigt, dass die Abgabe meiner Wette erfolgreich war. Wie ihr seht, ist es kinderleicht eine Wette bei Betviktor zu platzieren. Neben dem klassischen Sportwettenbereich lohnt sich aber auch ein Blick in den Live-Wettenbereich, den Casino-Bereich oder aber in den Casino-Bereich mit Live-Dealern. Ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in die Möglichkeiten bei Betviktor erhalten. Wenn ihr den Anbieter gleich selbst ausprobieren möchtet, klickt einfach auf den folgenden Link. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß dabei. Klicken Sie auf das Logo und Bild, um zum Wettanbieter zu gelangen.